Hallo ihr Lieben, wir sind heute noch unterwegs im Saarland. Wir gehen da den Grenzsteinweg Obertal und wir sind heute auch nicht allein. Heute geht Dirk vom YouTube-Kanal StopschildTV mit. Die Wannerung hat etwa 8,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wannerung so ist, dann kommt mit. Eigemäue! Guten Morgen, wir haben noch ein anderer YouTuber heute mitgebracht und zwar Dirk vom YouTube-Kanal StopschildTV. Morgen und wo schneien wir und gucken auch mal bei Marco in den Kanal vorbei. Kein Dirk-Bassaschitto! Hallo! Na toll, toll muss ich mal endlich ins Bobe rufen, oder? Hallo! 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 Ja, er möchte auch gerne machen. Heather... Ciao! Herr, ich hauchte sie mich an, À,あ... ich gigatee, schaue gathering, viele Steine. Ellers, particulier42. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, der hat schon was, das war schön Ich schließe mich an Marco wollte vielleicht die Drohnen in die Luft schmeißen Dann habe ich ihm gesagt, du kannst ja sparen Du kannst die Drohnen auch gleich vor dem Milchglascheib Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Kommentar, so über einen Daumen hoch, sehr freuen wir uns über einen Daumen hoch, sehr freuen wir uns über einen Daumen hoch, also bis dann, ciao ciao Alle, ciao, bis nächste Woche Und bevor ich es noch vergesse, wir wünschen euch noch ein frohes neues Jahr Und wenn du wenn du da bist, dann ist denn das alte Neumö alter, bis dann, ja Oceanik, so über eine Straße, dann aber ein paar Jahre lang, ja, ich bin da ja so genau das mal, ja, ich bin da ja, ich bin da ja so einfach mal ein Rad Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020